Stell dir vor, du eröffnest einen garantierten Frauenplayer-Pick in EAFC24, doch für wen entscheidest du dich? Wenn du Jule Brand nehmen würdest, dann lass jetzt ein kostenloses Follow bzw. Abo da. Wenn du allerdings für Alicia Lehmann bist, dann lass jetzt ein Like oder auch Daumen nach oben da. Und übrigens, ich verlose gerade das neue EAFC24 unter allen Leuten, die mir auf Instagram folgen. Max, Mann, und so ist es heiß ich da. Hier oben seht ihr schon die Gewinner von den letzten Gewinnspielen und dieses Gewinnspiel läuft noch bis Sonntag, von daher macht unbedingt alle mit. Und wenn du am liebsten den Aroberdorf mitnehmen würdest, dann lass jetzt einen Kommentar da. Ich bin sehr gespannt, für wen ihr euch entscheiden werdet.